Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur nächsten Transferanalyse und heute blicken wir auf den Hamburger SV. Die Saison ist gestartet, von 5 Spielen wurden 3 gewonnen, 2 verloren, sprich so richtig zufrieden kann man in Hamburg natürlich nicht sein. Nur hat man damit noch ein paar Tage Zeit den Kader nochmal zu korrigieren, möglicherweise auch zu verbessern, denn komplett fertig ist man ja noch nicht. Und deswegen gucken wir heute darauf, welche Spieler den HSV noch verlassen könnten und vor allen Dingen, wie man noch hinzuholen möchte und hinzuholen wird, denn auch dort ist einiges noch in der Mache. Und zu guter Letzt blicken wir dann auf die fertige Startelf, wie die dann auch endgültig für die Saison aussehen wird. Also lasst uns auf Shopping-Tour gehen für den HSV. Und wir legen los mit dem Blick auf die möglichen Abgänge und dort gibt es natürlich mit Marco Johansson den klarsten Kandidaten. 23 Jahre jung, aus Schweden, er ist im vergangenen Sommer gekommen. Marktwert liegt bei 500.000 Euro und sein Vertrag in der Hansestadt läuft ja noch bis 2025. Vor einem Jahr wurde er als Nummer 2, aber auch ganz klar als Herausforderer für Daniel Heuer-Fernandes geholt. Am Ende hat er sieben Spiele gemacht, was gar nicht mal dann so schlecht klingt. Aber er wurde halt auch zum Ende hin aus dem Kader geworfen, ist aus dem Kader geflogen, weil da eben nicht mehr allzu viel zusammengepasst hat. Mit Matteo Raab hat man ja einen neuen Backup geholt, junger Torhüter, der auch entwickelt werden soll hinter Heuer-Fernandes. Johansson hat keine Zukunft mehr. Er wurde ja auch schon für Gespräche vom Training freigestellt, aber er hat immer noch keinen neuen Verein gefunden. Es gab ja mal Gerüchte um Ostende aus Belgien, aber auch das hat sich nicht gehärtet. Sprich, Marco Johansson ist immer noch da. Ja, er spielt aber rein sportlich gesehen keine Rolle mehr, denn auch Tom Mikkel würde ihm sicherlich nochmal vorgezogen werden. Sprich, er hat keine Chance auf Einsatzminuten. Ich denke mal, er verdient auch gar nicht mal so wenig für den Status, den er aktuell nur noch hat. Und deswegen soll er auf jeden Fall gehen. Aktuell gibt es keinen Verein. Ich bin sehr gespannt, welche Lösung man da finden wird. Aber die Zukunft beim HSV hat er auf jeden Fall auf Spielerebene eigentlich nicht mehr. Und der nächste ist Okishika Heil. Das Eigengewächs war ja letzte Saison verliehen, ist 21 Jahre jung, Marktwert liegt bei 300.000 Euro und sein Vertrag läuft noch bis 2024. In der Vorbereitung konnte Heil durchaus überzeugen, vor allem aufgrund seiner Flexibilität. Und nun stand er auch in der zweiten Bundesliga im Kader, wurde in der aktuellen Spielzeit bislang auch einmal eingewechselt. Allerdings gibt es da nun auch ein paar Probleme für ihn. Denn in der Offensive, die eh schon gut besetzt ist, wurde mit Dompea nochmal nachgelegt. Die Konkurrenz ist dort für Heil eigentlich zu groß. Und trotz des eigentlichen Plans, den er hat ja während der Vorbereitung geschmiedet, ihn zu behalten, macht meiner Meinung nach eine Laie nun am meisten Sinn. Natürlich ist Heil flexibel einsetzbar ein Eigengewächs, welches auch noch Potenzial nach oben hat. Er kann ja auch noch rechts hinten verteidigen und auch da dient aktuell sozusagen als Backup. Aber genau dort kann ja auch noch auf der Zugangsseite was passieren. Und dann macht ein Abgang auf Zeit auf jeden Fall Sinn. Blicken wir nämlich nun auf die Neuzugänge und eine Problemzone bleibt die Rechtsverteidigung. Haier ist ja dort gesetzt, aber ein Ersatzmann soll auf jeden Fall kommen. Deswegen auch mein Vorschlag der Heil-Laie. Und hier haben wir einen spannenden Spieler, William Mikkel-Bronzis. Vom FC Metz, 18 Jahre jung, aus Frankreich und sein Marktwert liegt bei 2 Millionen Euro. Der 18-Jährige gilt als hochtalentiert und natürlich kann er sich logischerweise auch noch ordentlich weiterentwickeln. Hat jetzt schon ein gutes Tempo und auch einen Drang nach vorne. Mikkel-Bronzis bringt nämlich auch genau die Fähigkeiten mit, die sich Hamburg wünscht von einem neuen rechten Verteidiger. Denn er kann zum einen Druck auf Haier aufbauen, geht dann ins Duell um diesen Stammplatz. Aber er könnte eben auch, weil er so jung ist, erstmal auch als Backup fungieren. Zudem ist die Vertragslage durchaus interessant. Der FC Metz ist nämlich abgestiegen, spielt nur noch in der zweiten Liga. Sein Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr. Das klingt erstmal ganz gut. Problem ist, die Ablöse liegt wohl trotzdem bei circa 2 Millionen Euro. Ein erstes Angebot vom HSV soll wohl abgelehnt worden sein. Der Spieler möchte aber wohl sehr gerne nach Hamburg wechseln. Deswegen kann das glaube ich am Ende auf jeden Fall passen. Finanziell muss es aber auch einfach Sinn ergeben, weil Hamburg kann keine großen Sprünge machen. Sollte der D-Day möglicherweise doch platzen, könnte man dann wiederum auch Heil als Backup behalten. Das hängt am Ende auch einfach so ein bisschen zusammen. Und weiterhin sucht man ja auch nach einem Backup für Robert Glatzel. Rechts hinten die Position auf jeden Fall Vorrang. Das will man auf jeden Fall noch lösen. Deswegen hat man aber auch kaum Budget für die Stimmerposition. Denn auch dort soll ja eigentlich noch wer kommen. Und dort gibt es das Gerücht mal wieder um Nikola Dovedan. Aktuell vereinslos, 28 Jahre alt, aus Österreich. Und sein Marktwert beträgt aktuell 800.000 Euro. Und der Spieler könnte dann im Gesamtpaket auch durchaus Sinn machen. Über ihn wurde schon mal im Juni diskutiert, als es darum ging, ob Kittel geht und er vielleicht sein Nachfolger wird. Jetzt kam das Gerücht nochmal auf, als es eben um die Problemzone Sturm ging. Letztes Jahr, da sehen wir ihn ja noch im Trikot vom 1. FC Nürnberg, war er noch aktiv. Hat dort sieben Tore gemacht und zwei vorbereitende 31 Ligaspielen. Und hat damit eine ganz gute Saison gespielt. Dovedan ist ein technisch sehr, sehr starker Spieler, temporeich und vor allen Dingen kann er offensiv alle spielen. Am liebsten hängende Spitze, kann aber auch in vorderster Front spielen und theoretisch auch über beide Außenbahnen kommen. Mit 1,72 Meter ist er natürlich kein typischer Neuner. Ein ganz anderer Stürmertyp im Vergleich zu Robert Glatzel. Aber er kann eben Hamburgs Offensive ergänzen. Damit ist auch dann eine Doppelspitze sehr gut möglich. Und vor allen Dingen ist er ablösefrei zu haben. Warum eigentlich nicht, wenn man dort keine sozusagen bessere Lösung findet, Dovedan an Bord holen. Ich finde, das macht dann auf jeden Fall Sinn. Aber natürlich hat man dort auch noch ein paar Tage Zeit, dies zu entscheiden. Und damit ist es auch spannend, mal dann den Blick auf die potenzielle 1. Elf zu werfen von Tim Walter. Wie sie nach dem Transferfenster aussieht. Natürlich wird sich jetzt hier nicht allzu viel verändern. Wir haben zwei Spieler aus der Kaderbreite abgegeben. Wir haben zwei Spieler für die Kaderbreite hinzugeholt. Aber natürlich ist auch klar, dass der Kader auch grundsätzlich schon steht. Im Tor ist heuer von Ennis die Nummer 1. Klare Geschichte, Raab die Nummer 2. Dahinter mit Mikkel noch einen erfahrenen, mit Oppermann noch einen jungen Keeper. Rechts hinten hat Moritz Haier sicherlich erst einmal die Nase vorn. Komm, Mikkel Brosis hat man dort auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Backup. Oder möglicherweise auch Stammspieler Haier könnte auch dann wiederum ins Mittelfeld rücken. Innenverteidigung führt kein Weg an Vuskovic und Schonlauf vorbei. Ambrosius ist weg. Damit ist auch klar, dass David der erste Backup ist. Maximilian Rohr eigentlich im Mittelfeld zu Hause auf der 6 oder auf der 8. Könnte dann hier noch als vierte Alternative dienen. Steht ja einfach nur, um das aufzuzeigen. Links hinten ein sehr, sehr spannendes und enges Duell zwischen Muhheim, der aktuell die Nase vorn hat und dem ehemaligen Kapitän Leibold. Auf der 6 ist natürlich Meffert gesetzt. Dahinter eben Rohr. Kran noch als junger Spieler. Generell gibt es auch im HSV auch zwei, drei Talente für die Kaderbreite. Finden ja zum Beispiel auch noch Zumberi für die Zentrale oder Andresen für links. Und eben auch Kran auf der 6er Position. Für mich die stärkste Position, wenn alle fit sind, ist das zentrale offensive Mittelfeld. Reis aktuell, dort aktuell am ehesten gesetzt. Sehr viel aktuell gerade im Satz drin gewesen. Laszlo Benes von Gladbach gekommen. Kommt aktuell noch ein bisschen mehr von der Bank. Hat aber natürlich auch das Zeug dazu, dort eine richtige Rolle und eine wichtige Rolle einzunehmen. Sonny Kittel, je nachdem wo, als Spiel natürlich auch verfügbar. Und Suhonen, aktuell leider verletzt. Auch ein unglaublich spannender Spieler für diese Position. Auf den Flügeln wurde ja am meisten nachgelegt. Wir haben dort mit Kittel natürlich jemanden, der ganz klar gesetzt ist. Königsdörfer, klar, hat jetzt einen Platzverweis bekommen. Aber natürlich sonst auf jeden Fall dort gesetzt. Und dahinter hast du einfach noch mit Bilbia, mit Dompe und mit Yatta. Drei wirklich gute Spieler für die zweite Bundesliga. Mit Opoku und Amechi noch zwei weitere junge Spieler. Deswegen habe ich auch angerissen. Macht dann einfach Sinn, Heil zu verleihen. Sollte man auch rechtzeitig nochmal nachlegen. Weil die Konkurrenz einfach extrem groß ist. Sturmzentrum, dann natürlich Glatzl, klar gesetzt. Man hätte nicht diesen typischen Backup. Wie gesagt, Doowo dann, wenn anderer Stürmer-Typ. Königsdörfer, Yatta kann natürlich auch nochmal zentral aushelfen. Ob es dann reicht, um Glatzl im Fall der Fälle zu setzen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wenn er aber fit bleibt, hätte man dort offensiv sehr viele. Und vor allen Dingen auch sehr gute Möglichkeiten. Kommen wir zum Fazit unserer Shopping-Tour für Hamburg. An sich steht der Kader schon. Es wurde einiges getan. Und es wurde für mich auch einiges richtig gemacht. Vor allen Dingen auf der Abgangsseite wird nicht mehr allzu viel passieren. Ein neuer rechter Verteidiger soll aber auf jeden Fall noch kommen. Viel Geld ist halt allerdings nicht da. Deswegen kann es auch Sinn machen, im Sturm mit Doowo dann eine kostengünstige Lösung an Bord zu holen. Sprich da ein bisschen zu verzichten. Um einfach rechts hinten einen jungen, interessanten Spieler wie Mikkel Bronsis verpflichten zu können. Und vor allen Dingen auch bezahlen zu können. Und dann, glaube ich, ist der Kader auf jeden Fall bereit, im Bundesliga-Aufstiegskampf mitzumischen. Klar, Saisonstart ist jetzt nicht überragend gut gelungen. Trotzdem glaube ich daran, dass Hamburg den besten Kader hat in der zweiten Bundesliga. Mit meinen in Summe dann vier Transfers wäre er nochmal besser. Und dann kann auf jeden Fall richtig was passieren. Und jetzt seid zu guter Letzt noch ihr gefragt. Welchen Transfer muss Hamburg auf jeden Fall noch tätigen, bis das Transferfenster schließt? Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball!